Ein Kuss, das ist alles, was wir kriegen, Arbert. Wir kriegen bloß eine Chance, um den Unterschied zu machen zwischen glücklich bis ans Lebensende und oh, er war bloß irgendein Kerl, mit dem ich mal irgendwo hingegangen bin. Verstehen Sie? Was? Sie, Sie sagten Kuss. Ist das ein Problem? Es ist kein Problem, aber ich weiß nicht, was... Arbert, acht von zehn Frauen glauben, dass der erste Kuss Ihnen alles über eine Beziehung sagen wird, was Sie wissen müssen. Und glauben Sie mir, sie hat definitiv darüber nachgedacht. Hat sie? Arbert, selbstverständlich. Ich meine, nicht, dass sie es wirklich tun wird. Also ist es halb so wild. Gut, dann ist es eben halb so wild. Es ist verdammt wild, Arbert. Gewaltig. Monumental. Sie hören nicht zu, was... Ich möchte, dass Sie etwas tief erinnerlichen. Morgen Abend könnte Allegra Cole ihren absolut letzten ersten Kuss kriegen. Also gut, kommen Sie, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Was meinen Sie? Zeigen Sie mir, wie Sie mich küssen würden. Ich würde Sie nicht küssen. Ich bin nicht ich, ich bin Allegra. Aber eigentlich nicht, deswegen... Okay, Arbert, der Tag geht zu Ende. Sie setzen mich zu Hause ab. Zeigen Sie mir die Magie. Tja, wissen Sie, mir ist nicht ganz wohl dabei... Oh Gott, Arbert, das ist so ein wunderschöner Abend gewesen. Tja, die Nix waren schon knapp. Hey, sehen Sie, was ich tue? Das ist ein Signal. Okay, ich fummel mit meinen Schlüsseln. Gut, eine Frau, die keinen Kuss will, holt ihre Schlüssel raus, steckt sie in die Tür und geht ins Haus. Eine Frau, die einen Kuss will, die fummelt. Ich fummel. Okay, einen schönen Abend noch. Sehen Sie, was ich tue? Mich ausrauben? Nein. Genau das machen die meisten Kerle, sie überstürzen den Kuss. Aber sie sind nicht wie die meisten Kerle. Also das Geheimnis eines Kusses liegt darin, 90% des Weges zu gehen und dann zu warten. Wie lange? So lange, wie es nötig ist, damit sie die letzten 10% geht. Okay, 90 und 10, geht klar. Kapiert? Okay, kommen Sie, schütteln Sie es ab. Sie sind dran. Das ist ein wirklich schöner Abend gewesen, Arbett. Ich fand ihn auch unheimlich schön, Allegra. Mit Bart. Ich bin ein glasen, euch. So lange? Ich bin ein glasen, bis zum Schuhl. Ich bin ein glasen, euch. Ich bin ein glasen. Ich bin ein glasen. Was ist die? Ich spüre es nicht. Ja, aber das sind meine 90 Prozent. Ich weiß nicht, ich spüre einfach nicht, dass Sie es wirklich wollen. Hören Sie, ich bin Allegra Cole. Ich bin die Frau Ihrer Träume. Die Frau, deren grüne Augen tiefe Bergsehen des Begehrens sind. Jetzt zeigen Sie mir die Magie, Arbert. Zeigen Sie mir die Magie. Was zum Teufel soll denn das? Zeig Ihnen die Magie, ich... Nein, ich sagte, Sie kommen 90, dann komme ich 10. Sie gehen nicht die vollen 100. Mein Mund war offen, Arbert. Sie übereifriger, verdammter... Äh, trotzdem, wie war ich? Sie sind zusammengekommen, Sie haben zusammen getanzt und Sie sind zusammengegangen. Sie sind zusammengekommen, Sie sind zusammengekommen.